Bero, ja, am Samstag sehen wir uns im Ring. Ich hoffe, dass du deine Laufschuhe nicht angezogen hast, sondern deine Boxerschuhe und mir etwas entgegenzubieten hast. Und ich dir. Und nachdem ich dir die Fresse poliert habe, sehen wir uns dann nie wieder, damit du Bescheid warst. Keine Freundschaft. Dankeschön. Okay, alles klar, Leute. Hier, 15 Minuten, nachdem ich das Interview gerade mit den Jungs von Ground & Pound hier geführt habe, bekam ich eine WhatsApp-Nachricht vom guten Herrn OJ, von den LaHonda-Jungs, also quasi dem Manager von Bero Bass, der jetzt gegen mich kämpfen möchte am Samstag. Angeblich würde Bero Bass ja verletzt sein. Jetzt, vier Tage davor, hätte sich irgendwie das Sprunggelenk und irgendwie die Leiste gleichzeitig gezerrt. Und blü, 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 ihr wisst Bescheid, diese ganze Gerede. Ich würde nie im Leben diese Sachen ansprechen bei einem richtigen Kämpfer, bei einem Boxer, bei irgendjemandem, der würde das, ein richtiger Fighter würde auch nie im Leben auf die Idee kommen, wegen irgendeiner Lappalie abzusagen. Aber da es ja ein großkotziger, großschwätziger Rapper ist, der vorher solche Ansagen geschmissen hat, dass er mich kaputt macht mit einer Hand auf dem Rücken, macht er gegen zwei Leute, gegen fünf Leute. Manuel Schaar wollte er auch boxen, Manuel Schaar, Profiboxer, wollte er boxen. Hätte er vielleicht zwei Sekunden überlebt, aber, was soll ich euch sagen, ist alles einfach ein riesiger Kindergarten. Jetzt möchte dieser OJ dagegen mich kämpfen, der hat früher angeblich ein bisschen geboxt oder so. Jetzt hat er sich sechs Wochen lang auf mich vorbereitet, während ich mich auf diesen Bero Bass vorbereitet habe. Und er möchte jetzt quasi als Alternativgegner einspringen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber mir soll es recht sein, mir ist es scheißegal. Ich nehme diese Herausforderung an und wir werden Samstag einfach boxen. Fertig. So, Sache ist erledigt. Und jeder, der aus Köln kommt und den Namen Bero Bass hört, der weiß ab jetzt an, dass es die größte Schwuchtel in ganz Köln ist, der da drum läuft. Und an alle echten Leute, auch an alle echten Rapper, die wissen, was die Wahrheit ist und so, lasse ich von solchen Missgeburten mit diesen Leuten dann nie im Leben in die Irre führen. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Vielen Dank.